Bayern ist Bayern und wir haben natürlich Druck, aber den wollen wir auch und dementsprechend ist das jetzt nichts so Besonderes wie vor jeder Saison. Die waren in den letzten drei Jahren sehr erfolgreich, haben neun Titel geholt, haben in diesem Jahr die große Vier als Ziel ausgegeben, nämlich die vierte Meisterschaft hintereinander, das gelang noch niemandem und das ist Herausforderung, Druck, was ist Druck, das hast du bei Bayern immer. Ich bin auch erst drei Jahre da, habe die Geschichte natürlich von Bayern auch nur aus der Entfernung erlebt, jetzt nicht im operativen Geschäft wie heute, aber das gehört im Fußball dazu, man bespricht gewisse Themen, entwickelt gewisse Gefühle und dann kommt es oftmals zu Entscheidungen, die natürlich dann im ersten Moment auch sehr emotional aufgenommen werden und auch betrachtet werden, als wäre das unmöglich, aber so ist der Fußball, es geht immer weiter, er ist von großen Protagonisten geprägt, da gehört Bastian dazu und dann kommt es trotzdem irgendwo zu Aussagen, ja passt das jetzt genau, Mensch da habe ich eine große Herausforderung für mich auch nochmal das Ausland zu wählen und das muss man doch akzeptieren. Ja, sehr schwer, weil er natürlich eine Ikone ist, eine Legende, seine Erfolge sprechen für sich und dementsprechend war er ein großer Kämpfer, ein großer Fighter, das hat er sich verdient und wenn dann aber der Wunsch natürlich so deutlich vorgetragen wird und in ganzen Voraussetzungen, wie sie bekannt sind, dann muss man auch einer großen Persönlichkeit die Möglichkeit geben, diesen Wunsch zu führen. Wir haben eine gute Mannschaft, aber die Transferperiode und gewisse Denkweisen, ich erinnere nur an das letzte Jahr, wo dann Verletzungen gekommen sind, wo man nochmal reagiert hat, also wir sind sehr aufmerksam, beobachten alle, sind aber nicht unterdrückt. Ich kann Ihnen seriös heute überhaupt nicht sagen, wir sind auch nicht kurz davor irgendwie, oder dass ich Ihnen jetzt irgendwie in taktischen Konstellationen eine Antwort gebe, das ist nicht so, sondern wir beobachten, aber stehen überhaupt nicht unter Druck und auch Positionen und alles, wir sind überall sehr gut besetzt.